Rennsteig-Werkzeuge Die Tochterfirma der Kniebex-Werke produziert innovative Hightech-Werkzeuge im südthüringischen Viernau. Das Unternehmen ist Marktführer in vielen Produktsegmenten und Inhaber vieler internationaler Patente. Diese preisgekrönten Produkte werden von den Mitarbeitern komplett in den Hallen von Rennsteig-Werkzeuge hergestellt und international vertrieben. Unter diesen Mitarbeitern sind auch unsere Auszubildenden zum Werkzeug-Mekaniker. Nach dem unkomplizierten Online-Bewerbungsprozess, an den jeder teilnehmen darf, erwartet die jungen Männer und Frauen eine umfassende und herausfordernde Ausbildung. Die dreieinhalbjährige Lehrzeit beinhaltet neben der Berufsschule auch eine ausführliche Praxisausbildung, in der die Azubis an eigenen Projekten arbeiten können. Dafür steht Ihnen der firmaneigenen Lehrwerkstatt ein erfahrener Ausbilder mit Rat und Tat zur Seite. Bei Rennsteig-Werkzeuge kommt die Leistung aus einer Hand. Von den Betriebsmitteln bis hin zu jedem Einzelteil wird alles in den Hallen des Betriebes gefertigt. Da die Auszubildenden in den Betriebsablauf eingebunden sind, lernen Sie das Produkt in allen Fertigungsphasen kennen und erlernen die unterschiedlichsten Techniken. Von Handarbeit über die Bedienung konventioneller Maschinen bis hin zur Nutzung modernster CNC-Technik. Die Bewerber erwartet nach Abschluss der Ausbildung ein gut bezahlter und anspruchsvoller Beruf, denn bei Rennsteig-Werkzeuge gibt es viele Einsatzmöglichkeiten. Werkzeugmechaniker bei Rennsteig. Ein Beruf, viele Möglichkeiten. Haben wir auch dein Interesse geweckt? Dann besuch unsere Website und bewirb dich jetzt online.